Die Encyclopédie aux Dictionnaires des Sciences des AC des Metiers ist eine französischsprachige Enzyklopädie, die wohl berühmteste frühe Enzyklopädie im heutigen Verständnis. Sie entstand unter der Herausgeberschaft von Denis Diderot und Jean-Baptiste Leront d'Alembert und enthält Beiträge weitere 142 Bearbeiter, der sogenannten Enzyklopädisten. Vor allem sei hier Louis de Jaucourt erwähnt. Der erste Band erschien im Jahr 1751. 1780 wurde die Reihe mit dem 35 und letzten Band abgeschlossen. Die Enzyklopädie ist eines der Hauptwerke der Aufklärung. Sie umfasst mehr als 70.000 Artikel. Zwischen 1782 und 1832 erschienen 166 Bände herausgegeben von dem Verleger Charles-Joseph Pankauke und Therese Charlotte Angasse. Ein weiteres Nachfolgewerk war die Enzyklopädie die Ferdin des Fortunato Bartolomeo de Felice, die als Quad-Ausgabe in der Zeit von 1770 bis 1780 erschien. Zielsetzung Die Grundidee der Enzyklopädie und ihrer Herausgeber war das gesamte Wissen der Zeit zu sammeln und der Welt öffentlich zugänglich zu machen. Dazu Diderot im Artikel Enzyklopädie Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen dazulegen, mit denen wir zusammenleben und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei, Damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Diderot im Artikel Enzyklopädie Bd. 5, 635 Bemerkenswert ist hierbei, dass Diderot es sich nicht nur zum Ziel gemacht hat, das Wissen des gebildeten Bürgertums zu sammeln, sondern das aller Menschen. So soll die Enzyklopädie nicht nur die Kenntnisse eines kleinen Kreises zusammenfassen und bereitstellen, sondern auch das Wissen der einfachen Leute aufnehmen und darstellen. Und obwohl Diderot und D'Alembert selbst dem Bürgertum angehörten und wohl auch der deutliche Großteil der Leserschaft aus dem Bürgertum stammte, haben die Herausgeber sich darum bemüht, ihr Sammelwerk durch Artikel von Handwerkern zu bereichern. So soll zum Beispiel der Artikel zum Uhrenhandwerk von einem einfachen Uhrmacher beigetragen worden sein. Die Absichten der Herausgeber zielten jedoch über eine bloße Darstellung des Wissens hinaus. Schon der Titel umschreibt Enzyklopädie als Dictionnaire reis ohne also ein Nachmaßgabe der Vernunft aufgebautes, kritisch durchdachtes Wörterbuch. Diderot beschrieb das Konzept bereits in seinem Prospektus von 1750. Bei der lexikalischen Zusammenfassung alles dessen. Was in die Bereiche der Wissenschaften, der Kunst und des Handwerks gehört, muss es darum gehen, deren gegenseitige Verflechtungen sichtbar zu machen und mit Hilfe dieser Querverbindungen die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien genauer zu erfassen. Es geht darum, die entfernteren und näheren Beziehungen der Dinge aufzuzeigen. Ein allgemeines Bild der Anstrengungen des menschlichen Geistes auf allen Gebieten und in allen Jahrhunderten zu entwerfen. Dennis Diderot, Prospektus, in, Euvers Komplitis de Diderot, Bd, 13, 130. Seiner Freundin Sophie Volland schrieb Diderot 1762 Dieses Werk wird sicher mit der Zeit eine Umwandlung der Geister mit sich bringen und ich hoffe, dass die Tyrannen, die Unterdrücker, die Fanatiker und die Intoleranten dabei nicht gewinnen werden. Wir werden der Menschheit gedient haben. Das Werk ist die letzte bedeutende Enzyklopädie, die auf einem Baum des Wissens nach Art Francis Beacons aufbaut, aber bereits an bedeutsamen Stellen von diesem abweicht. Sie leitet damit einen erkenntnistheoretischen Richtungswechsel ein, der die Topografie allen menschlichen Wissens verwandelte. Die Herausgeber erhoben den Anspruch, die gesamten menschlichen Aktivitäten am Maßstab der Vernunft zu messen und hinterfragbar zu machen. Sie traten für Gleichberechtigung ein. H. Niemand sollte über andere Menschen herrschen. Versteckt aber deutlich war in der Enzyklopädie Kritik an Staat und Kirche zu finden, ohne dass sich Diderot dem Vorwurf des Unglaubens aussetzen musste. Die Buchhändler konnten stets auf die Ausgewogenheit des Werkes verweisen, während das gebildete Publikum zwischen den Zeilen zu lesen verstand. Sowohl die Methoden Thomas von Ackens als auch René Descartes werden verworfen und einzig die empiristische Herangehensweise John Locke's und Isaac Newtons als maßgeblich angesehen. Auch der Slogan Wissen ist Macht von Francis Beacon wurde immer mehr zum Leitbegriff. Aufbau Die 17 Textbände der Enzyklopädie enthalten auf rund 18.000 Seiten 71.818 Artikel. Der Text umfasst 20.736.912 Wörter, davon 391.893 verschiedene. Diese Menge machte eine gut strukturierte Ordnung bzw. ein System erforderlich. Da die Enzyklopädie darauf abzielte, alle Wissenschaftsbereiche zu erklären, wurden in jedem Band ein paar wenige, immer unterschiedliche Bereiche durchgenommen, wobei die Artikel untereinander alphabetisch geordnet waren. Ein weiterer Schwerpunkt der Enzyklopädie waren Abbildungen, die sehr exakt und detailgetreu gezeichnet wurden. Das waren zum Beispiel anatomische Schnitte durch Lebewesen, Monumente, damals bekannte Ruinen, Kunstwerke, Architektur oder Alltagsgegenstände. Die elf zusätzlichen Bildtafelbände enthalten auf rund 7.000 Seiten 2.885 Kupferstiche und 2.575 Erläuterungen. Publikationsgeschichte Bereits 1695 bis 1697 erschien Pierre Bales historisch-kritisches Lexikon Dix in der Historik die Kritik, aus dem Dennis Diderot den Artikel Skeptizismus in die Enzyklopädie aufnahm. 1728 hatte Ephraim Chambers in England mit beachtlichem Erfolg die zweibändige Enzyklopädie Cyclopädie herausgegeben. Ab 1743 verfolgten der Engländer John Mills und der deutsche Gottfried Selius ein Projekt, das die Übersetzung der Cyclopädie ins Französische und die Erweiterung auf ein fünfbändiges Werk zum Ziel hatte. Dafür arrangierten sie sich mit dem französischen Verleger André-François Le Breton, der das zwingend erforderliche königliche Privileg zum Druck eines derartigen Werkes zu besorgen hatte. Er erhielt dieses 1745 als sein persönliches Eigentum, hinterging dabei also seine Partner. Als die fünf Folio-Bände im Manuskript annähernd vorlagen, überwarf sich Mills mit seinem Verleger Breton. Um das Werk zu retten, gewann dieser den als Übersetzer und Mathematiker bekannten Abbegin Paul D. Guadé Malvis. Der schlug eine gründliche Neubearbeitung vor, scheint dann jedoch keine weitere Leistung erbracht zu haben. Daraufhin wandte sich Le Breton an Dennis Diderot, der die Arbeit in Angriff nahm. Le Bretons wirtschaftliche Kapazität wurde dem neuen Riesenprojekt nicht gerecht und Diderots Kenntnisse genügten nicht, um die Bereiche Physik und Mathematik adäquat abzudecken. Der Verleger brauchte also Geldgeber Diderot, einen kompetenten Partner, den er in D'Alembert fand. Ab 1750 arbeitete unter Diderot eine Gruppe von Enzyklopädisten. Die Unternehmung wurde nochmals verzögert, weil Diderot 1749 wegen seiner Publikation Lettre S.U.L.E. Erwögels eine mehrmonatige Haftstrafe abzusitzen hatte und erst auf Bitten der Verleger, Freikamm, die Autoren der Enzyklopädie nahmen allesamt in unterschiedlicher Weise eine kritische Haltung gegenüber der in Frankreich vorherrschenden, katholischen Kirche ein. Es gab unter ihnen undogmatische Christen, Deisten, Pantheisten, Agnostiker oder Autoren, die dem Atheismus zu neigten. D'Alembert Z.B. vertrat eine naturalistische Position, wonach man Gott in der Natur finde. Deshalb kam die Enzyklopädie 1759 wie viele andere Werke der Aufklärung. Auf den Index Liberum Prohibitorum und auch staatlicherseits gab es Maßnahmen gegen einzelne Autoren und die Verbreitung des Werkes. Allerdings bekam die Enzyklopädie auch Unterstützung aus Regierungskreisen etwa durch Ludwigs geliebte Madame de Pompadour, die als Protektorin auftrat so dass die Veröffentlichung zunächst gestattet wurde. Die Kräfte des alten Regimes versuchten das Unternehmen zu Fall zu bringen. Etwa 1752 verbündeten sich Jesuiten und Jansenisten um über die Sorbonne und das Parlament den obersten Gerichtshof gegen die Ungläubigen vorzugehen. Die Abwehr dieses Angriffs war ein Meisterstück das unter Beteiligung der Pompadour, Voltaires und Zweierminister gelang, wohl auch, weil zwischenzeitlich Friedrich der Große D'Alembert nach Berlin eingeladen hatte, um die Enzyklopädie dort erscheinen zu lassen. Nun warnten die Buchhändler vor den drohenden Verlusten und betonten die Vorteile, wenn das Werk in Frankreich erscheine. Minister Mahles erb, liberaler Vorsitzender der obersten Zensurbehörde und mit vielen Literaten persönlich befreundet, legte Gutachten vor, nach denen die Buchhändler nichts mehr zu befürchten hatten. Auch weitere Attacken gegen die Enzyklopädie wurden mit Rückendeckung aus französischen Regierungskreisen abgewendet, obwohl das königliche Privileg zurückgezogen worden war, nachdem D'Alembert's Artikel Geneve im siebten Band den dortigen kalvinistischen Klerus verärgert hatte. Anschließend mussten die Textbände 8 bis 17 heimlich in Frankreich publiziert werden. Um dies zu verschleiern, wurde Neuchatel in der Schweiz als Erscheinungssort angegeben. Um der Zensur zuvor zu kommen, veränderte Le Breton ab dem 8-Bänd-Texte minus hinter dem Rücken Diderutz, der das erst hinterher bemerkte und tobte, sie haben die Arbeit von 20 anständigen Menschen gemordet oder morden lassen. Die Enzyklopädie befürwortete im Artikel Sodomie-Drakonische Strafmaßnahmen gegenüber Homosexuellen mit dem Zusatz, dass eben dies auch für Frauen und Minderjährige zu gelten habe. Der erste Band der Enzyklopädie erschien im Januar 1752. Das gedruckte Datum vom Juni des Jahres 1751 im Titelblatt ist inkorrekt. Die erste durch staatliche Institutionen durchgeführte Repression erfuhr die Enzyklopädie im Jahre 1752. Anlass gab die theologische Dissertation von Jean Martin de Prades durchgesehen vom irischen Professor Reverend Luke Joseph Hook, der am Ende sein Amt und Würden verlor. Am 18. November 1751 verteidigte er seine Arbeit an der Sorbonne, doch bald darauf wurde seine Dissertation für den Doktor Theologie einer zweifelhaften Dogmentreue D.H. der Nähe zur Enzyklopädie verdächtigt, sodass die akademischen Verantwortlichen seine Arbeit einer genauen Prüfung unterwarfen. In seiner Dissertation hatte de Prades eine Reihe von Thesen aufgestellt, die zu einer scharfen Auseinandersetzung mit Vertretern der Theologischen Fakultät der Pariser Universität führten. Unter anderem hatte de Prades Zweifel an der zeitlichen Abfolge der Ereignisse im Pentateuch geäußert und die Heilwunder Jesu mit denen des griechischen Gottes der Heilkunst Asklepios verglichen. Ohne seine Vorbilder zu nennen bediente sich de Prades über weite Strecken der von d'Alembert verfassten Vorrede zur Enzyklopädie, des Discours Préliminaire sowie der Pensées Philosophique von Diderot. Mit Diderot stand de Prades auch in persönlichem Kontakt und hatte sich mehrmals mit ihm zu Gesprächen getroffen. Am 15. Dezember stellte die mit dem Fall befasste Kommission der Pariser Theologischen Fakultät fest, dass die in der Dissertation geäußerten Thesen zu verwerfen seien und die Schrift selbst unter die Zensurbestimmungen falle. Für den zweiten, im Januar 1752 veröffentlichten Bente-Enzyklopädie schrieb de Prades einen rund 15-seitigen Artikel unter dem Begriff Gewissheit-Certitude. Der Artikel de Prades wurde durch eine Einleitung und ein lobendes Schlusswort von Diderot eingerahmt. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um seine Dissertation äußerten sich die Theologen nun empört und beschuldigten die Prades der Heresie. Gegen die Prades erging ein Haftbefehl, er floh nach Holland und schließlich nach Berlin. Die beiden schon publizierten ersten Bände der Enzyklopädie wurden am 7. Februar 1752 verboten, ebenso die noch ausstehenden Bände. Kretien-Guillaume de Lamo in John de Malesherp, Oberzensur der Centur Royal, griff schützend ein. Malesherp lenkte die Krise der Gestalt um das lediglich am 2. Februar 1752 mit einem Ratserlass Textstellen in den ersten beiden Bänden identifiziert wurden, welche auf die königliche Autorität zerstörerisch wirkten und den Geist der Unabhängigkeit und Revolte festigten und mit zweideutigen Begriffen die Grundlagen des Irrtums, der Sittenverderbnis der Irreligion und des Unglaubens förderten Auswirkungen auf die Verbreitung der Enzyklopädie hatte dies aber nicht, waren doch die ersten beiden Bände schon an die Käufer bzw. Subscribenten ausgeliefert worden. Auch wurde das Druckprivileg nicht zurückgenommen. Unterstützung erhielt Malesherp in dieser Angelegenheit auch von Madame de Pompadour. Es war die Zeit des Siebenjährigen Krieges und der ökonomisch-politischen Instabilität des Königreich Frankreichs sowie der Furcht der Krone vor Verschwörung, Aufruhr und Infragestellung der königlichen Autorität die etwa zu einem Erlass vom 16. April 1757 führte in der jeder mit dem Tod bedroht wurde, der gegen Kirche und Staat schrieb oder druckte. Öffentlicher Anlass bot der 5. Januar 1757, ein Steilgehilfe Robert-François Damins verübte auf Ludwig XV. einen Messerangriff. Auch als Folge eben dieses Attentates wurden die aufklärerischen Ideen in Generalverdacht genommen. Die Zensurbehörden kontrollierten mit erhöhter Aufmerksamkeit. Grundlage wurde durch den Erlass vom April gegeben. Unter den zugespitzten Zensurbedingungen und ohne offizielle Druckerlebnis konnte nur unter Duldung der obersten Zensurbehörde im Oktober des Jahres 1753 der dritte Band erscheinen. Die weiteren Bände bis Band 7 erschienen dann in regelmäßigen jährlichen Abständen bis zum Jahre 1757. Am 8. März 1759 wurde die Encyclopädie auf den Index gesetzt und am selben Tag wurde auch die königliche Druckerlebnis widerrufen. Ende April drohte ein erneuter Haftbefehl gegen Dennis de D'Auro. Wieder griff Chrétien Guillaume de Lamo in John de Male Serb als Oberzensur der Sensur Royal helfend ein. Der Mitherausgeber d'Alembert zog sich 1759 aus dem Projekt zurück. An seine Stelle trat 1760 Louis de Yaukort. Für die Tafelbände konnte mit Unterstützung durch Mahles Erb ein neues Privileg erwirkt werden, so dass sie offen in Paris erscheinen konnten. Die 1751 begonnene Veröffentlichung wurde zunächst 1772 mit dem 28-Band abgeschlossen. Die Encyclopädie war ein enormer finanzieller Erfolg. Zusammen mit sechs Nachdrucken in der Schweiz und in Italien wurden bis 1789 rund 25.000 Exemplare abgesetzt. Die Encyclopädie hatte bis zu 4000 Subscribenten. Der Verleger Charles-Joseph Pankauke ab 1770 Inhaber der Rechte an der Encyclopädie produzierte insgesamt sieben Supplements. 1776 zwei Textbände, 1777 zwei weitere Textbände und einen Bildtafelbänd und 1780 ein von Pastor Pierre Mouron ausgearbeitetes zweibändiges Register. Herausgeber der Supplements war Jean-Baptiste Robine. Folgewerke Das Journal Encyclopédie von Pierre Russo erschien von 1756 bis 1793. Die Encyclopädie die für 58 Bände von Fortunato Bartolomeo de Felice herausgegeben erschien 1770 bis 1780. Mit der Encyclopädie-Methodik nahm Pankauke eine Neubearbeitung der Encyclopädie vor, indem er Fachlexika zu Anfangs 27, zuletzt mehr als 50 Sachgebieten auflegte, eine Struktur wie sie auch der Struktur der neuzeitlichen Universität, bestehend aus selbstständigen Fakultäten und Instituten, entsprach. Die ersten Bände erschienen 1782 und als Pankaukes Schwiegersohn Henry Angasse 1794 den Betrieb kaufte, waren es mehr als 100 Bände. Als Angasse 1813 starb, führte seine Frau das Unternehmen weiter. 1832 erschien der letzte Band. Nun 206 Bände mit eigenem Titelblatt umfassten 125.350 Textseiten und rund 6.300 Tafeln. Das Werk brachte dem Verleger Ruhm aber kaum finanziellen Gewinn. Im Gefolge der Revolution war die Zahl der Subscribenden drastisch gesunken. Übersetzungen ins Deutsche Einleitung Jean-Baptiste Leront d'Alembert Einleitung in die französische Enzyklopädie von 1751 Zwei Bände Herausgegeben und erläutert von Eugen Hirschberg Meiner Leipzig 1912 Jean-Baptiste Leront d'Alembert Einleitung zur Enzyklopädie von 1751 Herausgegeben und eingeleitet von Erich Köhler Aus dem französischen von Anne-Marie Heinz Meiner Hamburg 1955 Ungekürzte Ausgabe Herausgegeben und mit einem Essay von Günter Mensching Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 1989 ISBN 3-596265800 Durchgesehen und mit einer Einleitung herausgegeben von Günter Mensching Meiner Hamburg 1997 ISBN 3-7873-11882 Jean-Baptiste Leront d'Alembert Einleitende Abhandlung zur Enzyklopädie Im Auftrag und unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe Philosophie historische Texte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin neu übersetzt Mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Georg Klaus Akademie Verlag Berlin 1958 Auswahl Jean-Leront d'Alembert Enzyklopädie Eine Auswahl Herausgegeben und eingeleitet von Günter Berger Mit einem Essay von Roland Barth Aus dem französischen von Günter Berger Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 1989 ISBN 3-59626584-3 Dennis Diderot Die Enzyklopädie des Dennis Diderot Eine Auswahl Herausgegeben und mit einem Nachwort von Karl-Heinz Mahne Gold Harenberg Dortmund 1983 ISBN 3-88379-389-2 Dennis Diderot Enzyklopädie Philosophische und politische Texte aus der Enzyklopädie sowie Prospekt und Ankündigung der letzten Bände Mit einem Vorwort von Ralf Rainer Wotnow Deutscher Taschenbuch Verlag München 1969 Dennis Diderot Philosophische Schriften Band 1 Aus dem französischen Übersetzt von Theodor Lücker Aufbau Verlag Berlin 1961 Johann Heinrich Gottlob von Justi U A. Schauplatz der Künste und Handwerke oder vollständige Beschreibung derselben Verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Academy der Wissenschaften zu Paris in das Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen 21 Bände Rüdiger U A. Berlin U A. 1762-1805 Annette Selk Rainer Wieland Die Welt der Enzyklopädie Eichborn Frankfurt am Main 2001 ISBN 3-8218-471-1-5 Manfred Naumann Diderot's Enzyklopädie Eine Auswahl Reklem Verlag Leipzig 2001 ISBN 3-379-01740x Bildbände Jürgen Dahl Jugend der Maschinen Bilder aus der Enzyklopädie von Diderot und Dallembert Verlag Lange Wiesche Brandt Ebenhausen 1961 Diderot's Enzyklopädie Die Bildtafeln 1762-1777 Vier Bände und Registerbände im Format Klein-Oktav-Stadt-Folio Südwestverlag München 1977 ISBN 3-517-0-0672-6 Roland Barth Robert Mauti Jean-Pierre Seguin L'Universal Enzyklopädie Verlag L'Ele-Bresse-Sociz Paris 1964 Adidao Pictorial in Cyclop Ideäre of Trades and Industry Woll Erste Dover Publishers 1959 ISBN 9780486222844 A Diderot Pictorial in Cyclop Ideäre of Trades and Industry Woll 2 Dover Publishers 1993 ISBN 9780486274294 Diderot und Dallembert Encyclopädie Oudixionauer Reisone des Sciences Paris 1751-1772 Anatomie Chirurgie Faximile Druck Nach dem Originalen von 1751 zu 1772 Antiqua Phalat Lindau E. B. 1978 ISBN 3-88210-00028 Siehe auch Enzyklopädist Die 140 namentlich bekannten Enzyklopädisten Geschichte und Entwicklung der Enzyklopädie Aguaxima Ein berühmter Eintrag der Enzyklopädie Siehe auch